Willkommen liebe Freunde zu einer neuen Runde GTA Online. Ich hatte heute mal Bock auf Überlebenskampf und die Map kenne ich tatsächlich noch nicht. Das kann lustig werden. Äh gut, für die erste Welle bereit machen, ich brauche Panzerung. Und meine MK2 Waffen. Shit, von wo kommen die? Ah. Also ich habe es schon ein paar Mal gemacht, deswegen da auch gerade tierisch Bock drauf. Da hinten wird scharf geschossen. Das ist mir auch ein paar übrig. Ja, bitte. Jetzt habe ich auch mal ein paar. Ha, das sind meine. Gehen wir aus dem Weg. Gut, dann machen wir es anders. Komm da runter. Mh, braver Junge. Warum nicht gleich so? Äh, nur fünf Kills. Da wäre mehr drin gewesen. Aber gut. Kann ich alles haben. Munition. Hingegen brauche ich. Ich habe besseres Scharfschützengewehr. Mein MG da. Aber alles. Ah, von da. Aber die gehören jetzt mal mir. Oh. Oh, die sind noch eine Etage höher. Oh, okay. Und das war der Pilot. Weg da. Verlass das dem Profi. Oh, danke, Alter. Der auch immer da mir jetzt das Leben gerettet hat. Ja, schön, wenn die den an der Seite abknallen. Guck mal, extra ein neues Magazin für dich. Ey, das war meiner. Man muss auch mal teilen können. Hm. Das war ausgeglichener. Oh ja, das war ausgeglichener. Aber das Ding gerade zu verteidigen ist herrlich leicht. Ich will es noch nicht beschwören. Ich vermute mal, dass es noch schwieriger wird. Wie bei fast allen. Das ist herrlich. Wir machen das mal leichter. Oder was? Wenn ich Waffe nicht weiter. Okay, von wo schießt du? Wichser. Warte. 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 warte wer steht denn da noch komm raus kleiner egal wo du bist welle 3 überlebt und wir holen auf mit stolz ich glaube es wird zeit für stärkere dann wollen wir mal die nächste kommen alle von da unten cover 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 hier ist gut so jetzt ein extra schön dickes mal 10 für die moment meister sind kampf schrauber der könnte zum problem werden wenn sich darum nicht gekümmert wird shit und wo warte ich hab ne idee ja oder so hey das war sogar ich kommt schon so ne vierze Welle würde uns wohl nicht aufhalten so aber mal sehen wie die durch mein glück vom mieses gebiet kommt war das alle? das waren alle ja es geht los ich halte den verbleibenden gegner aus ok Welle 4 überlebt 24 hübsche killed auch munition und ein lifepack und meine haftbomben jetzt wird's mal zeit das ding auf die nächsten level zu bringen was sie ruhig kommen alter wer hat denn jetzt auf mich geschossen ok ich geh wieder zurück hinter meine kiste schöne kills komm raus du das ding kann beton durchschießen das ist so das ekelhafte oh danke ne ich brauch doch wieder die dicken die 200er er ist nicht nur getroffen er ist erschossen komm ruhig her mit der big wave ich erfülle jetzt mal das klassische klischee nach jedem kill nachzuladen ihr bestätigt fuck yourself oh ist jetzt an mir na gut könnte das jetzt gewesen sein in der Theorie könnte so was jetzt gewesen sein in der Theorie Mh, das war dumm. Nee, ich komm hier nicht mehr raus. Aber ich nehm so viele mit, wie ich kann. Schade. Schade. Bis Welle 5 haben wir es geschafft. Ja, knapp 7000. Das deckt vielleicht höchstens die Munitionskosten. Okay, aber es hat Spaß gemacht. Gut. Ich überlege gerade, ob die noch einen anderen wollen. Dann würde ich mich noch einem anderen anschließen. Sonst eher freier Modus. Sag, danke fürs Zuschauen. Es hat tierisch Spaß gemacht. So, das werde ich hoffentlich auch mal machen. Vielleicht auch sogar mal mit Voice. Und ansonsten, ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.